Ja, da sind wir wieder in der dritten Folge von A New Beginning und wir werden uns jetzt mal diesem Zeitfunkgerät widmen. Da haben wir doch gleich mal einen Koffer, den können wir vielleicht mal rausnehmen. Der Koffer mit der Zeitfunkantenne. Ganz genau. Jetzt muss ich nur noch einen Platz finden, an dem ich sie aufbauen kann. Okay, ja, das kriegen wir wohl hin. Da oben sieht doch genug nach Platz aus. Komm mal hoch. Kannst du da hoch? Erklimmen. Sehr schön. Das ging ja mal wieder ohne Probleme. Das kann doch nicht. Die ganze Stadt ist zerstört. Da, da, da. Können wir uns wirklich so geirrt haben. Hoffentlich sieht es bei den anderen Teams besser aus. Ja, wollen wir es hoffen. Aber bevor wir das uns mit den anderen Teams da unterrichten können, müssen wir ja erstmal das Zeitfunkgerät aufbauen. Das ist der ideale Platz und... Sehr schön. Der ideale Platz. Dann ist es ja super. So, Moment. Öffnen. So, jetzt haben wir doch bestimmt hier irgendwo... Wir haben doch bestimmt dann irgendwo jetzt die Anleitung davon. Zeitfunkgerät, Messer. Hinabsteigen. Vielleicht liegt das nämlich noch da drin. Weil ich habe da gerade jetzt keinen... Keinen Plan gesehen. Schauen wir nochmal rein. Klappe... Schließen. Da war es dann wohl nicht. Da war nämlich nur die Klappe. Armaturen. Ja, okay, dann. Dann scheint es ja alles mit dem rechten... Ähm, ja. Scheint es ja alles rechtens zu sein. Dann habe ich es vielleicht nur noch nicht gesehen. Dann darf sie da wieder hochkraxeln. So. Dann schauen wir doch mal. Was haben wir denn hier? Wir haben... Da haben wir schon mal einen Fuß. Dann nehmen wir erstmal den Fuß raus. Ich glaube, man konnte den Antennenfuß irgendwie ausklappen. Dann klapp ihn aus. Bitte sehr. Ähm. Wo könnten wir denn hier bitte ein... Da steht Empfänger... Nein, das passt hier nicht. Antenne. Antenne wahrscheinlich noch nicht. Vielleicht ein Koppler. Nein, das passt hier nicht. Das passt hier nicht. Was ist denn das? Ein T-Stück. Nein, das passt hier nicht. Wie, das passt hier nicht. Das muss da passen. Nein, das passt hier nicht. Na gut, dann passt das eben nicht. Dann haben wir hier eine Sicherung. Nein, das passt hier nicht. Auch das passt nicht. Doch ein... Aber dann nicht die der Antenne, oder? Doch, die Antenne. Na dann. Ähm. Hier wird wohl dann die Sicherung reinkommen. Ja. Ähm. Dann würde ich sagen, da drüber kommt vielleicht das T-Stück. Nein, das T-Stück kommt wohl noch nicht. Okay. Da kommt erst der Koppler. Nein, das passt hier nicht. Was heißt hier, das passt hier nicht? Nein, das passt hier nicht. Na, wir haben nicht mehr viel, ne? Bitte sehr. Nein, das passt hier nicht. Kabel? Nein, das passt hier nicht. Jetzt musst du dich so langsam mal entscheiden, Mädchen. Nein, das passt hier nicht. Nein, das passt hier nicht. Nein. Nein, das passt hier nicht. Den Empfänger können wir auch nicht oben drauf passen. Vielleicht können wir das Kabel hier vorne... Nein, das passt hier nicht. Ach, Mädchen, du willst mich doch verarschen. Nein, das passt hier nicht. Wir haben doch jetzt alles durchgemacht, oder? Nein, das passt hier nicht. Nein, das passt hier nicht. Schalterantenne ist doch... Nein, das... Mädchen. So. Geht doch. Weiter geht's. Ähm, wir nehmen dann mal das T-Stück. Haha, richtig. Dann sieht das so aus, als könnte man hier Sachen dran denken. Nein, das passt hier nicht. Natürlich passt das. Guck mal. Nein, das passt hier nicht. Das passt nicht. Schade. Okay, aber wir können bestimmt den Koppler noch oben drauf setzen, oder? Nein, das passt hier nicht. Nein, können wir nicht. Okay, ähm, wir haben noch einen Empfänger. Vielleicht können wir den Empfänger da irgendwie dran setzen. Es tut sich nichts. Vielleicht können wir... Ah, guck mal an. Da ist der Empfänger. Nein, das passt hier nicht. Wir können nicht mal das Kabel an den Empfänger tun. Wollt mich doch verarschen. Nein, das passt hier nicht. Nein, das passt hier nicht. Ist okay. Verarsch mich nur. So. Ja, genau. Mach den einfach wieder zu. Kabel 1. Kabel 2. Nein, das passt hier nicht. Kabel 2 will nicht. Kabel 2 will. Jetzt sind sie beide weg. Irgendwie, äh... Übernimmt er wohl nicht alles. Du sollst noch das T-Stück einfach wieder anmachen. Da sitzt noch das T-Stück drauf. Da sitzt noch der Koppler drauf. Ich bringe noch den Koppler hier. So. Kabel 1. Nein, das war keine Werbung. Und Kabel 2. So, sehr schön. Was haben wir hier? Kuben. Kubi? Kubu? Kubus? Nein, das passt hier nicht. Nein, das passt hier nicht. Heißt das dann Kubusse oder... Kubi? Nein, das passt hier nicht. Ich weiß aber auch nicht, wo sie hin sollen. Von daher. Ach, schau mal an. Man kann die einfach hier hinsetzen. Dann legen wir die doch einfach mal alle da hin. Drei. Vier. Fünf. Sechs. So. Da fehlt, glaube ich, nichts mehr. Den Empfänger. Muss man doch wahrscheinlich irgendwie mit dem Kabel filmen. Nein, das passt hier nicht. Nein. Ach, schau mal an. Schau mal an. Hier vorne die Anleitung. So. Das heißt... Da ist der Koppler. Der Koppler ist also genau hier. Da sitzt noch das T-Stück drauf. So, wir tun das T-Stück mal weg. Hoppala. Nicht so weit weg. Ich sag dir nicht so weit weg. Geh da wieder hin. So. Wo ist das T-Stück? Es liegt da. Okay. Da sitzt noch der Koppler drauf. Ganz genau. Und das will ich ja machen. Koppler. Nein, das passt hier nicht. Was heißt hier, das passt hier nicht? Nein, das passt hier nicht. Da... Arsch. Nein, das passt hier nicht. Natürlich, da kommt der Koppler hin. Nein, das passt hier nicht. Wir haben es doch gerade gemerkt. Da kommt der Koppler hin. So. Egal, komm. Weiter geht's. So. Nein, das passt hier nicht. Das passt doch. Nein, das passt hier nicht. Ach, wenn ich das noch einmal hören muss. So. Da. Und dann kommt das da oben hin. Da kommt der Koppler. Hierhin. Und genau an der Seite kommt das Ding dran. So. So weit haben wir es. Dann kommt da oben drauf das T-Stück. Das machen wir an. Mit dem Kappler. Kappler? Kabel. Kappler und Kabel zusammen gemischt. So. Und jetzt gucken wir mal weiter in der Anleitung. Wir sind ja doch ein Stück weiter. Die Kabel kommen weiter an die Koppler. Ja. Sehr schön. Jetzt müssen nur noch die Kuben in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Wenn ich mich richtig erinnere, muss nur darauf geachtet werden, dass die Kuben, die zusammengehören, auf der gleichen Seite der Antenne angebracht sind. Gut, dass wir alle einfach wild auf den Boden geworfen haben. Werfen wir doch einfach mal den Steckplatz hierhin. Dann nehmen wir den da und der kommt da hin. Und der kommt da hin. So, hier. Kommt der da hin. Die haben alle so ein grünen Muster, oder? So, das heißt, man könnte jetzt gucken, wie denn am besten die Sachen zusammenpassen könnten. Das heißt aber auf jeden Fall, dass der mit dem zusammenpasst und der weiter in die Mitte kommen müsste. Heißt ja, so. Die müssten ungefähr so zusammenpassen. Und dann hätten wir noch das Stück, das so gar nicht da reinpasst. So, vielleicht. Nein. Ah, okay. Wir nehmen das Stück da hin, das da hin und das da hin. Jetzt gucken wir mal, ob das irgendwie irgendwo passt. So, vielleicht. So, vielleicht. So, vielleicht. Naja, egal. Ich glaube, den Großteil haben wir jetzt geschafft. Wir drücken einfach mal weiter. So. So, fertig. Ich finde, das haben wir gut geschafft. Jetzt gucken wir mal hier im Gerümpel. Vielleicht finden wir ja was. Es ist alles völlig zerstört und verdreckt. Hier war schon seit Jahrzehnten kein Mensch mehr. Na gut. Können wir die können wir die jetzt anstellen? Ja, benutzen. Dazu brauche ich mein Zeitfunkgerät. Das hast du. Nutzen. Bitte sehr. Verdammt. Das Zeitfunkgerät bekommt keinen Strom. Hätte ich nicht früher daran denken können, die Batterie zu laden, würde ich mich sofort kümmern. Du dummes ich wollte schon sagen Blondchen, aber du bist ja brünett. Brünettchen klingt aber komisch. So. Hättest du doch bloß mal die Batterien aufgeladen. So, auf zur Zeitkapsel. Da haben wir ein Svensson. Der Svensson brummt friedlich vor sich hin. Ansonsten ist da nach außen hin nichts Außergewöhnliches zu erkennen. Bitte sehr. Ziehen wir ihn raus. So, ich meine das noch so im Kopf zu haben, dass es richtig ist. Die Zeitkapsel hat noch Energie. Vielleicht kann ich die Batterie am Generator der Zeitkapsel aufladen. Bitte sehr, tu das. Ich muss die Batterie erst aus dem Zeitfunkgerät herausholen. Sonst geht das nicht. Wie, du musst die Energie aus dem Zeitfunkgerät herausholen. Du meinst doch ja, du willst das hier herausholen, oder? Den Svensson kann ich nicht einstecken. Er ist fest montiert, um eine ständige Energieversorgung der Zeitkapsel zu gewährleisten. Ja. Und was genau willst du jetzt tun? Ich muss die Batterie erst aus dem Zeitfunkgerät herausholen. Sonst geht das nicht. Mein Gott, stell dich nicht so an. Das hättest du jetzt auch selber machen können. Wir nehmen jetzt das Zeitfunkgerät, öffnen. Im Griff gibt es ein Batteriefach. Ha, da haben wir ja das Problem. Die Batterie ist leer. So, dann machen wir es hier. Ich könnte versuchen, die Batterie direkt am Svensson aufzuladen. Eigentlich sollte ich das nicht machen. Der Svensson ist für viel größere Energiemengen gedacht. Ach, was soll's, ich brauch die Energie. Oh oh, das klang nicht so gut. Super gemacht. Ich bin sowas von stolz auf dich. Ja, jetzt funktioniert es. Das Zeitfunkgerät hat wieder Strom. Joa, die Zeitmaschine funktioniert wahrscheinlich nicht mehr. Aber wir haben wieder Strom. Ist das nicht super? Wir können unser Zeitfunkgerät benutzen, aber nicht mehr in der Zeit herumfahren. So, jetzt darfst du es aber benutzen, oder? Ja, der Empfänger erkennt das Gerät. Na, dann wollen wir mal. Ja, sehr schön. Mal sehen. Jetzt müsste ich auf Empfang sein. Hallo? Zeitleitstelle? Irgendwer? Hier ist Funker Faye. Hört ihr mich? Zeit, zu hören. Hallo? Schnell! Amplifier! Wir haben eine Verbindung. Nein. Dann. Wir versuchen seit Tagen, euch zu erreichen. Wir haben ein Problem. San Francisco ist... Hallo? Hallo? Die Verbindung ist sehr schlecht. Können wir... Hallo? Quadi? Faye? Faye? Die Zeitrift ist bereits zu stark. Unsere Zeitlinien weichen mehr und mehr ab. Wir versuchen, dich jetzt mit den anderen Teams zu verbinden, bevor der Kontakt ab... Quadi? Oh, nein. 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 Bitte. Bitte nicht. Ah ja, und jetzt können wir uns aussuchen, was wir denn gucken. Hier haben wir eine gute Verbindung, deswegen gucken wir... Dina, du lebst! Wo sind die anderen aus deinem Team? Wir haben hier ernste Probleme. Wir wurden getrennt, ich fürchte, sie sind... Bist du das? Bitte komm! Warte kurz, Dina! Hey! Wir haben uns verrechnet! Zeit 50 ist zu spät! Joseph? Oh mein Gott! Was ist da bei dir los? Wir können den Klima gar nicht mehr aufhalten! Wir sind mittendrin! Ich wiederhole, wir sind... Aua! Verloren! Wir haben... verloren! Mission abbrechen! Bringt euch... Bringt euch in... Sicherheit! Sicherheit! Faye! Ich stelle... Komma 6! Ich kann... Hören... Liegt an dieser... Strahlung! Es ist das Kraft... Hörst du? Das... Ich glaube... Quelle gefunden, Faye! Ich... Sadi! Empfängst du mich noch? Bleib bitte dran! Ich... Ich... Sie sind alle tot! Sieht zumindest aus! Und damit... Müssen wir wieder alleine die Welt retten! Wenn wir... Das ganze Dieb verloren haben! Aber wir haben ja noch Nigel! Mal gucken, was er zur Zeit gefunden hat! Der ist ja bestimmt noch hier irgendwo unterwegs! Nichts! Nanu? Nigel? Nigel! Seltsam! Ich suche besser nach ihm! Genau! Aber wo er sich denn groß befindet, das erfahren wir natürlich in der nächsten Folge! Bis dahin! Ciao, ciao!